Kampf im Fliegengewicht der Klasse bis 52 Kilogramm. In der roten Ecke für den CSF Frankfurt André Stolker und in der blauen Ecke für den Märkischen Boxringham Olgur Mamadov. Ringfrei Runde 1. Ringfrei Runde 1. Ringfrei Runde 1. Ecke für den Klasse bis 52 Kilogramm. Ringfrei Runde 1. Runde 1. Runde 1. Runde 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020